Musik Hi, ich bin Olli, der Erfinder vom Warenlustschacht. Wir sind heute hier im Harz an der schönen Okertalsperre, um der Sache auf den Grund zu gehen, wie viel Energie eigentlich so ein Wasserkraftwerk erzeugen kann, was in der Fläche mehr als 320 Fußballfelder eignet. Unten im Tal steht eine fette Turbine mit der Leistung von über 4000 Kilowatt. Und diese Leistung reicht gerade mal dafür aus, dass ungefähr 250 Leute gleichzeitig duschen können. Ihr seht, duschen ist eigentlich eine heftige Energieverschwendung, aber mit dem Warmduscher kannst du bis zu 40 Prozent der Energie zurückgewinnen und damit einen riesen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Der Warmduscher ist in Form von einer Duschmatte, die du einfach unten reinlegst. Wir ziehen die Energie aus dem Abwasser und fügen sie dem frischen Kaltwasser zu. Wir produzieren den Warmduscher in Hannover in unserer kleinen Manufaktur und beziehen alles so regional wie möglich. Das ganze Team vom Warmduscher arbeitet jeden Tag mit Hochdruck daran, euch allen die Möglichkeit zu geben, mit einer Kleinigkeit einen großen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Wenn du noch mehr Infos brauchst oder direkt bestellen willst, geh einfach auf www.derwarmduscher.de und du kannst schon in den nächsten Tagen mit reinem Gewissen duschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.